Der Navigator. Ne, ich bin der Navigator. Jetzt geradeaus. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Chiemsee-Mestival. Zeigt mal eure Stimmung hier. Was ist los? Was ist los, Leute? Hochmotiviert. Ich habe gehört, gestern hat der Wind ein paar Zelte weggefegt. Es wurden Leute in Tonhalten verfrachtet mit Polizeigewalt. Und heute... ...Kerbe. Das wird schön. Nicht vergessen, 17 Uhr, Hauptbühne, Gnosseliff und seine fabelöse Band. Bis später.